So und herzlich willkommen zu meiner neuen Videorezension. Diesmal geht es um diese schönen Kopfhörer oder Headset besser gesagt, was ja für ein Computer geeignet ist. Ich muss ja gestehen, den habe ich als Testprodukt bekommen und das ist wirklich ein super Ding. Da muss ich sagen, also ich bin echt begeistert. Der hat ja super Sound und da muss ich sagen auch diese schönen Lichtereffekte. Ich werde euch das jetzt erstmal demonstrieren. Ich muss natürlich erstmal Computer anschalten, damit ihr dann auch seht, was da passiert, wenn ich das anschalte. So, erstmal an. Strom. So, hier seht ihr schon, durch diesen USB-Anschluss leuchtet schon alles blau. Die gibt es auch natürlich in verschiedenen Farben. Ich habe das als blau bekommen und da muss ich ja wirklich gestehen, das sieht wirklich spacey aus. Also so richtig, auch ein bisschen Alien wäre vielleicht. Also richtig schön. So, jetzt schalten wir mal den Computer an, damit wir auch ein bisschen mal sehen und hören, was denn dieses Headset alles machen kann. Ja, der wird auf jeden Fall Sound rausbringen und da kann man dann mitkriegen, wie stark der ist. Ich mache mal ganz kurz Pause und werde dann auch weitermachen. So, jetzt habe ich auch alles hier hochgefahren und angeschaltet, auch miteinander verbunden. Also, der war auch schon verbunden. Jetzt werde ich nur euch mal zeigen, wie groß und wie toll der Sound von diesen Kopfhörern sind. So, jetzt kommt... Ja, jetzt hört ihr das natürlich, ne? Auf jeden Fall habe ich das jetzt auch schon richtig Volume Up und ich kann auch noch höher gehen. So, das ist das Höchste und man hört es auch schon von hier. Deswegen finde ich wirklich diese Kopfhörer genial. Also, dieser Headset hat mich umgehauen. Auch das Aussehen ist richtig schön und der Kabel ist richtig gut. Also, das ist so richtig robust. Ich gehe mal nochmal ein bisschen leiser. So, also man kann wirklich super hören. Also, ich könnte persönlich das sowieso nicht ganz hoch stellen. Ich glaube, da würde ich Probleme mit meinen Ohren bekommen. So, jetzt mal zu dem Headset. Den Strom, das heißt also, das Licht bekommt er durch diesen USB-Anschluss, ganz normalen USB-Anschluss. Und dann hat er natürlich diese Klinkenstecker, wo eben, sag ich mal, der Sound rauskommt. Die müsst ihr natürlich dann auch getrennt, sag ich mal, hier einstecken. Man hat auch Adapter dazu am Computer. Meistens muss man entweder kaufen oder man bekommt es mittlerweile auch mitgeliefert. Und da kann man, sag ich mal, jetzt diese richtig schönen Kopfhörer, also Headset anschließen. Also, ich finde, im Großen und Ganzen ist das wirklich super. So, ich mache mal jetzt kurz Pause hier, damit man mich auch vielleicht besser hört. Also, wie ihr gehört habt, guter Sound, gute Qualität. Man kann hier nochmal regulieren, laut und leise. Also, es ist wirklich alles super vorhanden. Hier ist nochmal an- und ausschalte, also meine ich jetzt an- und ausschalte vom Mikrofon, so dass man da auch hier reinsprechen kann, bei bestimmten Spielen vielleicht, wo man vielleicht online geht und mit anderen Leuten auch chatten tot im Spiel oder auch ganz normal über Skype oder MSN, je nachdem. Also, ich finde, der verdient definitiv seine 5 Sterne. Blau-Schwarz-Kombination, richtig schöne Lichteffekte. Passt auch zu unserem Keyboard. Also, da muss ich gestehen, der bekommt 5 Sterne und Kaufempfehlung. Wer, also würde ich jetzt wirklich sagen, definitiv ja. Wer sich ein Headset holen möchte, wie gesagt, gibt es auch in verschiedenen Farben. Kabellänge ist optimal und alles einfach drunter, drüber richtig super produziert. Also, ich kann mich hier nicht beklagen, kann mich nur beim Hersteller bedanken. So, das war es dann auch von meiner Seite. Frosch im Hals, egal. Das war es von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch auch hier ein bisschen so Einblick gewähren und euch zeigen, wie schön diese Kopfhörer sind, also Headset. Ich sage immer Kopfhörer, aber es ist ein Headset. Und ich hoffe, da konnte ich ein bisschen helfen bei eurer Entscheidung und hoffe auch, dass meine Rezension euch wieder mal gefallen hat. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!